2.385.541 Leute haben Maritz Minecraft gekauft. Bist du einer davon, oder bist du einer derjenigen, die das Spiel gecrackt haben? Wenn es hinter dir zischt und ein Creeper dir das halbe Haus wegsprengt, wenn du ein Dutzend Diamanten findest und auf dem Rückweg in Lava läufst, wenn deine Umschalttaste klemmt und du von der Klippe fällst, dann weißt du, warum Minecraft scheiße ist. Doch wenn du einmal einen Wolf findest und dieser dich mit seinen großen, eckigen Augen anguckt, dann willst du nichts anderes mehr machen, als stundenlang mit deinem besten Freund durch die eckigen Weiten des Klötzchenspiels streifen. Da wird richtig mein Herz geschlossen. In Minecraft gibt es keinen klar definierten Weg, wie man zum Beispiel Diamanten findet. Es gibt tausende, wenn nicht sogar unendliche Möglichkeiten. Also, fang an es zu spielen und finde deinen eigenen Weg. Denn du bist Minecraft. 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 Du bist Minecraft.